Für diese neuen Craft-Welt hat Wilko 50 Tage lang gebraucht und ich werde heute dafür sorgen, dass er stirbt. Sorry, Wilko. Okay, erstmal Cheats an. Die Items braucht er erstmal nicht mehr, glaube ich. Dann schenke ich Wilko noch ein neues Haustier und zwar den Olaf. Und damit Wilko nicht so alleine ist, setzen wir hier einen Olaf, hier einen Olaf, hier noch einen Olaf. Da vorne in die Ecke setzen wir auch noch zwei Olafs im Game. Survival, spawnen hier noch einen Olaf und gehen aus der Welt raus. Viel Spaß, Wilko. Ich hoffe, dein Hardcore-Projekt hat dir irgendwie Bock gemacht. Junge, was? Oh mein Gott. Es ist die Hardcore-Welt. Es ist alles nützlich da. Ach du Scheiße. Es gibt ein Backup. Du kleiner Mieser!